Capturing. So, hallo Leute, ich habe jetzt ein komplett neues Format entwickelt. Das wird kommen, solange ich noch nicht das andere Format fertig habe. Das neue Format, das ich angekündigt habe, ist jetzt ein Zwischenformat. Das ist eine gute Idee von mir. Ich zeige euch das mal kurz. Das habe ich mir jetzt in schwerster Kleinarbeit entwickelt, dieses Format. Also ich spiele ein Spiel und filme dabei und zeichne dabei auf, was dazu denke, meine Kommentare und spiele währenddessen das Spiel. Ich hoffe, ihr habt das so verstanden, wie das jetzt hier abläuft. Das Spiel ist jetzt Minecraft, das ist entwickelt worden und ich mache einfach mal eine neue Welt. Ich weiß nicht, wer das Spiel kennt, ob das hier schon jemand kennt. Also ich habe jetzt geguckt, ich glaube, das hat jetzt auf YouTube noch keiner gemacht. Wie lange dauert denn das jetzt? Das ist mein Prozessor, der ist so langsam. Da, 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 nimmt noch auf. Ah, okay. Also das Spiel ist ja sehr, sehr, sehr nicht so gut, ähm, das muss ich hier alles noch aufbauen. Also das sind jetzt hier Bäume, die sind ein bisschen fiktiv. Man sieht das jetzt gar nicht so gut, dass das Bäume sind, aber es geht vor allem erstmal darum, Holz abzubauen. Indem ich die Maus drücke. Und dann das einsammeln. So, Stück für Stück kommen wir... Oh, was ist denn... Alter. Naja, gut. Das ist, weil das Spiel noch nicht so gut programmiert wurde. So, bauen wir das Holz ab, denn aus dem Holz, das ist der Witz an dem Spiel, kann man später noch sehr viele witzige Gegenstände machen. Das Spiel nennt sich Minecraft, weil Craft, kennt ihr? To Craft. So, jetzt baue ich mir erstmal eine Handel... ähm, Werkbank. So, Hühnchen. Das ist, das ist ein fiktives Huhn. Das kann ich jetzt mit dieser Bank schlagen. Und, passt auf, es verliert Hühnchen. Ah, wir sind hier in einer Wüstengegend, da gibt es wenig Wasser. Das ist Wasser. Das war jetzt hier so typisch dumm halt. In dem Spiel geht es darum, die Nacht zu überstehen. Also bauen wir uns erstmal ein Haus... ...doch aus Holz. Brauchen wir Eichste? Ich kann das Rezept für Eichste. Wir haben jetzt eine Holzachse, damit wir Holz fällen können. Es geht jetzt schon viel schneller als mit der bloßen Hand und tut auch nicht so sehr weh. Nun sollten wir ein paar Bäume fällen. Man sieht, die Physics Engine ist noch nicht allzu ausgereift. Das Spiel ist ziemlich neu. Das wurde erst vor ein paar Jahren von einem einzigen Typen programmiert. So, und wenn wir genug Holz haben, verarbeiten wir dieses vorerst zu guten Holzplanken und können uns daraus ein Haus bauen. Ein Haus, ein Platz an der Sonne, ein Platz am Wasser, das sich vorerst abzustreiten vermochte. So, 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 so und so. Ach, übrigens Leute, wenn euch dieses Format gefällt, schreibt es in die Kommentare. Und wenn nicht, dann lasst es bleiben. So, nun geht es darum, hier drin die Nacht zu überstehen. Au! Gut. So, das war's dann auch fürs Erste wieder. Ich hoffe, das Format gefällt euch. Und wenn ja, dann werde ich das auch weitermachen. Vielleicht gefällt es ja den Leuten. Toll. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ja. Wo geht denn das jetzt aus, Mann? Wo ist denn der Pfeil jetzt hin? Der Mauszeiger. Oh, scheiße. Jetzt hier. Erstmal hier. Oh, scheiße. Oh, fuck, Mann. Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, okay. Oh.